Hallo und herzlich willkommen bei Physik mit Kalle. Wir beschäftigen uns heute aus der Atom- und Kernphysik mit der Balmer Serienformel. Für dieses Video solltet ihr ein wenig über das Bursche Atommodell Bescheid wissen. Wir lernen heute, was die Balmer Formel ist, mit welchem Versuch Balmer auf diese Formel kam und wie sie aussieht und was quantenhafte Emissionen ist. Und los geht's! 1885, also ein kleines Stückchen, bevor es mit der Quantenphysik so richtig losging, entdeckte Johann Jakob Balmer, der übrigens Mathematiklehrer war, die Balmer Serienformel. Diese Formel erlaubt... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com